Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Zoo, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal wieder ein bisschen weiter hier mit dem Tutorial mit Planet Zoo Content. Ja, ich weiß, ich bin im Vergleich zu dem einen oder anderen Let's Player vielleicht ein bisschen langsam, was Planet Zoo Content angeht. Und ja, Streamer sind sowieso deutlich schneller unterwegs und haben mehr gezeigt. Aber hey, ihr seid hier bei Brilli und der hat nicht so viel Zeit. Ich habe heute ein bisschen Zeit, noch ein paar Folgen aufzunehmen, denke ich. Und das bedeutet dann, dass der Zwischenraum zwischen Beta und Release am 5. November hoffentlich dann auch auf meinem Kanal montags mit Planet Zoo Content weitergefüllt werden kann. Ich muss mal gucken, wie viele ich schaffe. Auf jeden Fall jetzt erstmal hier die neue Folge, Folge Nummer 3. Wir gucken mal, was denn heute ansteht hier in unserem schönen Goodwin Zoo, der wirklich schön daherkommt. Muss man sagen, ein schöner Zoo, den sie hier kreiert haben, die Szenarienersteller von Frontier. So, wir gucken mal, was denn jetzt ansteht. Wir sollen das Handelsmenü benutzen, um Tiger aufzunehmen. Das machen wir natürlich. Und jetzt guck mal hier. Jetzt guck mal hier. Wir haben ja in der letzten Folge hier dieses Gehege gebaut. Hier wunderschönes Tigergehege mit der klassischen Tigerhöhe 4,30. Da kann nichts passieren. Schöne Glaswände drin, damit die Besucher auch ein bisschen was sehen können. Das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt müssen natürlich die Tiger noch rein. Und da haben wir zum einen den Königstiger Adja. Und alter Schwede, was ist das für eine krasse Bewertung. 6.234, ja. Das ist doch die Bewertung quasi des Tieres, ne? Und die ist natürlich krass. Kostet natürlich auch ein bisschen was. 5.100, ja. Nehmen wir mal auf. Und natürlich soll dann auch noch ein Boy mit rein. Ja, hier der Zayan. Der kommt mit da rein. Und dann gucken wir mal, dass wir die platzieren in ihrem neuen Gehege. Gehege, so, äh, an Zoo senden. Genau, Gehege 22. Und natürlich auch noch Zayan an Zoo senden, Gehege 22. Wenn die Fläger von unseren verlässlichen Pflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für Sie. Na klar, Futterstation hier mal wieder. Das kriegen wir hin. Essenstablett. Also, ich weiß nicht, ob man das Tablett nennen sollte, aber gut. Da ist er! Da ist er! Alter. Sehr imposant. Da kommt direkt der Zweite hinterher. Guckt euch das an. Na, die beschnüffeln jetzt erstmal das Gehege. Ich weiß nicht, ob sie sich schon kennen. Aber das ist natürlich hier hungrig und durstig. Da müssen wir natürlich was gegen... Uh, und jetzt? Ah, da war aber gar nichts. Da war aber gar nichts. Ein bisschen spielen, ne? Ein bisschen spielen ist auch nicht schlecht. So, jetzt aber schnellstens mal hier ein Essenstablett platzieren. So, machen wir natürlich hier in die Nähe der Leute. Die wollen natürlich ein bisschen was sehen. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Ja. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Wäre ja schön, aber ich kann nur so ein bisschen da unten reinmachen. Ja, das sieht wirklich gut aus. Das reicht doch nicht. Die brauchen diese Tiger genau wie die Watzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Das ist jetzt natürlich die Frage, reicht denen das zum Trinken auch? Oder müssen die jetzt trotzdem dann noch einen Trinken... Weil bis jetzt habe ich ja nichts zum Trinken angeboten. Also scheint das wohl zu reichen. Und die trinken jetzt auch hier, wie wir sehen. Da ist er dran. Schön hier ein bisschen am Schlürfen. Ja? Boah. Alter, Alter. Sieht schon geil aus, muss man sagen. Das sieht schon krass aus. Hallo! Gefällt dir das neues Gehege hier? Oh, das ist keine gute Reaktion. Aber wir versuchen jetzt noch mit Spielzeug ein bisschen was rauszuholen. So, ähm... Was haben wir denn da? Da haben wir gefrorener Blutkürbis. Okay. Und eine Reibetafel. Aber den Blutkürbis auf jeden Fall erstmal hier rein. Und die Reibetafel kriegen sie auch. Komm. Da können sie ein bisschen dran reiben. Das müssen die Zuschauer natürlich sehen können. Oh, hier. Schöne Reibetafel. Alter, der geht hier zum Blutkürbis. Ist das wirklich Blut? Boah. Alter. Zayan liebt den Blutkürbis. Okay, sie essen jetzt beide den Blutkürbis. Ist schon ein bisschen eklig. Ist schon ein bisschen eklig. Aber egal. Ist cool. Das ist krass. Und dann kann ich den jetzt wieder auffüllen in der Theorie? Ohne Blutkürbis? Ja, könnte ich. Gut, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist gut. So, jetzt wird hier gespeichert offensichtlich. Und kannst du mal bitte die Reibetafel hier benutzen? Zayan, benutze die mal bitte. Ich will das mal sehen, wie du dich da ein bisschen reibst. Komm hier. Dich juckt's doch. Aha. Das ist auch geil. Das ist doch geil. Schön mal dran vorbeigerieben da. Ja, aber die brauchen jetzt, wie haben wir gehört, ein Rückzugsort. Wo befindet sich der denn? Jetzt habe ich nicht zugehört, was sie gesagt hat. Unter Gehege. Ah, da. Ah, ein kleiner Rückzugsort. Kann man die auch selber bauen? Höchstwahrscheinlich, ne? Wo bauen wir den denn mal hin? Ah. Wer eigentlich die Ecke hier prädestiert für. Dann ist halt die Wand. Ja. Ah. Ich weiß es nicht. Dann machen wir ihn hier hin. Dann machen wir ihn hier hin. Das sieht gut aus. Die armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Die brauchen diverse Pflanzen. Aha. Also. Gras lang. Weniger. Aber doch nicht so ein riesen Kringel hier. Leute. Müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. So, hier. Ein bisschen Erde. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Jetzt wird es langsam. Alle Tiere brauchen Pflanzen ihres eigenen Biomens und der Kontinents. Du weißt schon. Wüsten, Savannen oder Asien, Europa. Diese Tiger benötigen nur wenige Pflanzen ihres Lebensraums. Der ist dann wo? Perfekt geeignet sind Pflanzen aus dem Regenwald. Jume. Haken Dorn Akazie. Das reicht es auch, wenn du dich nur für eins von beiden entscheidest. Ja, 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 ja. Die kriegen jetzt schön... Wir werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Haken Dorn Akazie. Hier. Indem du einen Tiger auswählst und den Retter Umgebung öffnest. Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Adler fahren? Da ist ja schon eine. Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem Regenwald oder aus gemäßigten Biomen. Das ist ja schön und gut, aber was soll jetzt weg? Was heißt denn 6%? Sauberkeit. Barrier Status ist auch gut. Also, die können nicht aus... Äh... Gas lang. Ich würde wohl mal hier so einen Tiger noch anklicken. Also, was ist jetzt los hier? Pflanzen. Also, mehr... Also, willst du mehr? Na, der wollte weniger. Ach so, die sollen weg. Die Akazien gelönt. Das Akazien gelönt. Ja, dann. Adler fahren weiß ich jetzt nicht, aber hier die Goldkacke muss auch weg. Das habe ich weggemacht. Egal. So. Was ist jetzt? Gefällt dir das jetzt besser? Nee. Die sollen auch noch weg, oder was? Europa, Asien. Ja, komm. Wir machen mal alles weg. So. Jetzt ist nix mehr hier. Gar nix. Leute. So. Asien. Wir brauchen Asien. Tropen. Tropen. Okay. Okay. Pass auf. Jetzt müssen wir die hier mal filtern. Äh. Unter Biome. Nee. Unter Kontinent machen wir mal asiatisch. So. Also. Ein Affenbrotbaum. Kommt immer gut an. Alter, der ist ja riesengroß. Der bringt den Tigern ja nix. Machen wir hier mal so einen... So einen gedrungenen. Siebzehn Prozent. Okay. Äh. Dann haben wir hier noch so ein paar Bananen. Ein Prozent. Gemäßigt Tropen. Äh. Kokospalme. Äh. 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 So eine Wurz. Bisschen Wurz. Aha. Jetzt sind wir mal am richtigen Weg hier. So. Jetzt sind wir mal hier auf dem richtigen Weg. Äh. Warte mal. Ich brauche... Pflanzung 20 Prozent. Ich hätte gerne noch so einen Baum. Der war doch auch ganz geil hier. Der hat sogar 17, 16 Prozent. Ich verstehe die Prozentzahlen hier noch nicht so genau. Genau. Hier gibt es auch noch Weißdorn. Ja, guck mal. Aber jetzt ist es doch ganz gut. Was heißt denn jetzt Bepflanzung? Also da muss noch mehr rein, ja? 24 Prozent. Ah, Leute. Da ist Silber. Ja. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Ja, einfach top. Das trifft dir besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Guck dir das an. Diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Nee. Das ist ja auch ein tolles Gehege. Lieber nicht drauf ankommen. Leute, wer will hier nicht wohnen? Da liegt er. Da liegt er hier. Da liegt er und schläft eine Runde. Warum nicht in deinem Scheck? Hä? Was geht? Adja. Ja. Sehr schön. Jetzt kommen wir langsam zu den Goldzielen. Finde das Gehege der Tierart Blauer Pfau. Okay. Da verlassen wir unsere wunderbaren Tiger jetzt. Wir haben hier ein schönes Zuhause geschaffen, wie ich finde. Ja. Toll. Sehr schön. Wunderschön. Aber ist hier überhaupt ein Geldding? Ja. Hier. Ah, da wurde schon was gespendet. Sehr gut. Sehr gut. So. Wo sind die Pfaue? Da. Guck mal. Hier vorne. Ach, ich dachte, das wäre ein Labyrinth für die Besucher. Offensichtlich nicht. Da sind sie. So. Soziales Wohlbefinden erweitern. Soziale Gruppe. Zu wenige Ausgewachsene. Sie haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Äh. Du weißt ja, wie das geht. Du weißt ja, wie das geht. Drei weitere Pfauen. Und zwar Männchen. Und die haben wir hier. Äh. Weibchen. So rum. So. Dann kaufen wir die mal. Und platzieren sie hier. Also da sind aber schon viele Stellschrauben hier, muss man sagen, oder? Gut. Das ist jetzt... Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Das ist krass hier, so ein Faunengehege. Warum haben die denn so einen... Mögen die gerne sich in Labyrinthen verirren? Man weiß es nicht genau. Aber gut, warum nicht? So. Okay, wir suchen mal den Schneeleoparden, liebe Freunde. Was ist denn der Schneeleopard? Da hinten? Da 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 da. So. Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Wo ist er? Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Da ist er doch. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegsspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Ach hier. Ja, das ist natürlich asozial hier. Schön in der Bude da auch nochmal reingucken. Das geht natürlich gar nicht. So. Äh. Dann gucken wir mal. Der Einwegsspiegel, Leute. Oh Gott, jetzt wie gehe ich das wieder hin? Kick doch. Wird ein Tier aus einem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Ja. Okay. Umgebung, da, Temperatur. Also hier ist es einigermaßen gut, aber hier ist es natürlich alles zu warm, würde ich sagen. Korrekt. Nancy, könntest du mir dazu ein bisschen was sagen? Was heißt denn das hier alles? Alter, es gibt schon viele Stellen Schrauben. Okay, also, Klimaanlage. Ja, da gehe ich jetzt nicht näher ein. Also, wenn ich ein Zoo baue, dann würde so ein Bereich für Schneeleoparden drinnen sein und nicht einfach draußen, was keinen Sinn macht. So, machen wir hier eine hin. Hier hinten muss noch eine hin. Und dann würde ich hier vorne noch eine hinsetzen. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Zieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. So, jetzt wird es kälter in deinem. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Schnee und Felsen. Das soll jetzt aber Schnee hier platzieren oder was? Können wir mal von dieser Heatmack-Mack? Ich muss sagen, was mir passiert. Schön mal den Schnee auspacken. Der schmilzt dann oder was, wenn das zu warm ist. Offensichtlich. Guck mal, der schmilzt, wenn es zu warm ist. Das finde ich ganz gut. So, das ist aber doch jetzt gut, oder? Ich brauche weniger langes Gras. Weniger langes Gras. Wo ist denn hier überhaupt langes Gras, Freunde? Wo ist denn hier, diesen kleinen Ding, noch langes Gras? Also gerade schon alles mit Schnee zugedödelt. Sehr gut. So. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behiehst. Was? Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Renzi, du hast sie ja nicht mehr alle. Das durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Ja, okay. Aber das, meine lieben Freunde, machen wir, wenn hier ein neuer Tag anbricht in Good Windsor. Denn jetzt sage ich erst mal Tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Planet Zoo, meine lieben Freunde. Und heute habe ich gelernt, dass es echt komplex werden kann, das ganze Theater um die Tiere. Aber ich bin drauf gespannt und habe Bock drauf. Tschüss, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal hier bei Planet Zoo. Euer Brilli. Ich bin drauf.